Musik Mein Name ist Cornelia Scheuer. Ich bin vom Bizeps. Das ist ein Zentrum für selbstbestimmtes Leben und ein Beratungszentrum für Menschen mit Behinderungen. Wir stehen hier am Stephansplatz, weil wir hier einen zweiten Lift wollen, der von der U-Bahn-Station hinaus auf den Platz führt. Der Lift soll hinten in die Goldschlagstraße kommen, was ich einen extrem guten Platz finde, weil er auch den denkmalgeschützten Platz in keinster Weise irgendwie beeinträchtigt und weil er sehr gut auffindbar ist. Ich würde einmal schätzen, zu dem Zeitpunkt, wo am meisten Leute da waren, dass wir 120 waren. Und davon sicherlich zwei Drittel Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen, Menschen mit Gepäck. Und ältere Menschen mit Koffer und Radfahrer, die alle diesen Lift brauchen. Also es geht nicht nur um Menschen mit Behinderungen, sondern es geht um viel mehr und eine viel größere Personengruppe, die diesen Lift benötigen.